In diesem Video wird kurz erläutert, wie man auf die IP-Kamera per Browser zugreifen kann. Zunächst öffnet man von der CD die Software IP-Kamera Searcher. Klickt auf Search und dann wird die Kamera im Netzwerk angezeigt. Nun kann man diese öffnen im Browser. Die Ansicht im Internet Explorer sieht dann in etwa so aus. Möglich ist hier die Video- und Fotoaufnahme, die Einstellung der Bewegungserkennung und viele weitere Details. Hier nun ein Beispiel-Video. Auch die Nachtsichtfunktion überzeugt. Erwerben Sie die Kamera auf www.alarm.de